Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Es gibt ein Königreich im Sternenhimmel. Ich erzähle euch die Geschichte. Der König hat gerade wichtige Gespräche. Wald kommt auch zum einwichtigen Treffen. Es läuft etwas ungerecht im Königreich. Jemand hat ihn verraten. Aber wer ist diese falsche Person? Der König muss das rausfinden. Er fragt auch seine Frau. Oh, meine liebe Gattin, was soll ich jetzt tun? Die Königin antwortete. Mein Gefühl sagt, du hast Feinde im Land. Bringe das in Ordnung. Der König folgt ihren Rat und beruft den Hohen Rat. Der Älteste ist sehr weise und spricht zum König. Oh, mein König, halte deine Kraft zurück. Du brauchst es für den späteren Zeitpunkt. Konzentriere jetzt auf die Wesentliche und das ist gerade deine inneren Kraft. Du hast Orchester. Der Prinz aus fremdem Land ist angekommen. Du musst um ihn kümmern und bewahre dein Glauben. Die Wahrheit kommt ins Licht. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.